Mein Freund, wieso hast du mich verlassen? Was mache ich denn jetzt ohne dich? Wie konnte es so weit kommen? Wir haben doch so viele schöne Sachen erlebt zusammen und nun verlässt du mich einfach so. Ungeheuerlich. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Ja, ich kann auf Knopfdruck weinen. Nicht bloß weinen, sondern richtig heulen. Und das ist ganz cool bei Verhandlungen mit der Frau. Aber nichts verraten, sonst kennt die mein Geheimnis und das wäre schlecht. Um was geht es heute? Heute geht es um ungeheuerliche Sachen geschehen bei uns. Und bei mir gleich in der Nähe. Es geht um, ich habe es wahrscheinlich oben schon gelesen. Schademo stirbt aus. Immer mehr. Ich meine, wenn alte Schnellladestationen nicht mehr verwendet werden. Und wenn neu dafür dann gebaut werden, ist... Oh, danke schön. Mensch, ein BMW lässt mich vor. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, er sieht meine verheulten Augen und dann denkt er sich, oje, der arme Mann. Wenn neue Schnellladestationen gebaut werden, sind eigentlich keine Schademo-Lade mehr dabei. Und wenn dann sehr, sehr viel weniger, als die, die weggebaut werden. Tja, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern eigentlich europaweit. Weil Schademo in Europa eigentlich nicht besonders genutzt wird. Jetzt muss ich mal kurz die AE-Sperre raus tun. Es ist irgendwie ganz komische wechselnde Lichtverhältnisse mit tief verstehender Sonne. Oder so, tut mir leid. Fockechen's Heimfahrt-Teil... Ich weiß jetzt gar nicht. Ist einfach, wenn es so spät ist, im Herbst und im Winter schlecht zum Filmen. Deswegen muss man halt damit leben. In Europa ist der Schademo nicht so beliebt. In Deutschland eigentlich gar nicht. Die haben es halt damals installiert, weil asiatische Firmen, wie zum Beispiel Nissan, Hyundai, Kia, ja, als Schnelllader grundsätzlich den Schademo verbaut haben. Damals. Kia ist ja davon schon weggegangen und Hyundai auch. Die haben jetzt den CCS-Stecker als Schnellladestecker. Die haben sich schon umgestellt. Aber blöd ist es für die Leute, die noch einen Schademo-Lader haben. Wie zum Beispiel dieses Modell vom Kia oder Nissan Leaf 1. Hat es der Nissan Leaf 2 eigentlich? Schreibt es mal unten in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ich weiß es jetzt momentan nicht, bevor ich etwas Falsches sage. Auf jeden Fall der Leaf 1 hat es. Und der Kia hat es. Kia Soul. Der Hyundai Ioniq. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber schon. Wenn einer ein Auto hat, wie jetzt ich zum Beispiel dieses Auto, ist es nicht mehr zukunftssicher. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Selbst wenn es noch Schademo geben wird. Weiterhin noch erst einmal. Aber die Ladeinfrastruktur dümmt sich immer mehr aus. Schademo wird immer weniger. Und da haben wir natürlich dann das Problem, dass Fernreisen schon interessanter werden. Ich meine, ich habe es schon gesehen, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre. Weiter. Dann sieht man schon, dass von sehr vielen Lademöglichkeiten halt nur ganz wenige Schademo gibt. Es hat es schon immer gegeben. Also immer wenige. Aber jetzt werden sie immer weniger. Dazu kommt noch, wenn man jetzt an der Ladepark hinfährt. Dann haben sie meistens Satteldorf zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Da haben sie mehrere Ladestationen. Unter anderem auch Supercharger für Teslas. Oh, mein Gott, sind wir schnell. Das ist ja Wahnsinn. So ein E-Auto ist der krasse Wahnsinn. Der kann in der Stadt sogar einen Bulldog überholen. Wenn wir in den Satteldorf hinfahren, dann haben wir verschiedene Ladepunkte. Und einer davon ist Schademo. Das heißt, wenn diese Ladesäule nicht funktioniert, wo der Schademo dran ist, hat man ein Problem. Oder wenn der besetzt ist, wenn alle frei sind und es steht ein Auto dort, das mit Schademo ladet, hat man ein Problem. Noch ärgerlicher ist es, wenn die CCS-Ladesäulen frei sind und einer mit CCS-Ladung steht genau da, wo der Schademo mit dran ist, hat man Pech. Dann muss man warten. Das wird jetzt in Zukunft noch viel, viel schlimmer. Weil die halt systematisch jetzt abgebaut werden und die richtigen Schnelllader, so wie es wir jetzt oben haben, da mache ich mal ein separates Video. Aber da fahre ich nicht mit dem hin, sondern da fahre ich mit meinem Kona Elektrik hin. Wir haben nämlich oben bei uns, Entschuldigung. Wir haben oben bei uns, haben wir in der Oberpfalz, Pfälzer Alb, haben wir ja schon immer Schnelllader gehabt. Aber da haben sie jetzt Ionitys hin gesetzt mit bis zu 350 Kilowattstunden, ne bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung. Und die gibt es halt, soviel ich weiß, nur mit CCS. Der würde sowieso nicht mehr laden. Der Kona kann auch nicht mehr wie 70 Kilowatt laden, glaube ich, maximal. Da ist es eigentlich egal. Über 70 Kilowatt ist es egal. Aber eben die Möglichkeit, wie du ihn ansteckst. Und da ist es halt so, dass wirklich leider der Schademo ausstirbt. Der Professor Cimic würde jetzt sagen, diese possierlichen Tierchen sind leider vom Aussterben bedroht. Und so ist es da auch. Was bedeutet das jetzt für einen Soul-Fahrer wie mich? Eventuell noch. Weiß ich nicht, was noch dazu kommt oder was als nächstes Fahrzeug kommt. Definitiv kein Schademo mehr. Das bedeutet erst einmal gar nichts. Du kannst ganz normal weiterfahren. Du kannst ganz normal deine Hausstrecke machen. Du kannst auch noch ganz normal längere Strecken fahren. Aber es wird schwieriger. Es wird schwieriger, einen Ladepunkt zu finden, der überhaupt noch existiert mit Schademo. Der funktioniert und der nicht besetzt ist. Also das wird jetzt in Zukunft ein wenig schlechter werden. Für mich ist es jetzt völlig egal erst einmal. Weil wenn wir weitere Strecken fahren, fahren wir sowieso mit dem Kona. Und der hat es jetzt hier. Da ist es eigentlich egal. Und da wird es ja wöchentlich besser. Wenn ihr also jetzt mit einem Kia Soul e.V. diese Generation, also der ersten Generation mit der 27 Kilowattstunden Batterie und der mit der 30 Kilowattstunden Batterie. Dann sollt ihr es euch überlegen. Für was braucht ihr das Auto? Braucht ihr das eher zum hin und her kutschieren? Braucht ihr es schneller oder ja? Nein. Wenn ja. Und wenn ihr damit weitere Strecken fahren wollt. Solltet ihr euch das echt überlegen. Ob das noch zukunftssicher ist. Ich schneide mich jetzt hier ins eigene Fleisch. Weil vielleicht sind da ein paar böse und sagen, das kannst du dir doch nicht sagen. Weil du machst dir dann das Auto dann. Es ist ja dann weniger wert. Aber wenn sich einer für E-Mobilität interessiert, würde er da schon selber drauf kommen. Wenn du das nicht brauchst und ganz normal daheim ladest oder beim Arbeitgeber ladest oder beim Kumpel oder vielleicht in der Stadt einfach nur eine normalen AC Möglichkeit hast zum Laden, dann macht das überhaupt keinen Unterschied aus. Ein Problem gibt es in Amberg zum Beispiel. Weil in Amberg haben sie jetzt ein neues Parkhaus aufgemacht. Da bin ich mit meiner Frau mal ins Kino gefahren. Aber nach 8 kommen fahren wir mit dem Soul. Weil der Soul vor der Kilometeranzeige, der brechert mal wieder eine Ladung. Wir sind mit dem gefahren und sind dann ins Parkhaus gefahren. Und schwuppdiwupp, was war? Ich konnte nicht laden. Und weil die so intelligent sind in Amberg, dass sie feste Kabeln in die Ladestationen verbaut haben. Also in den normalen AC Ladestationen. Was überhaupt keinen Sinn macht. Weil normalerweise hast du bei einer AC Ladestation eigentlich kein Kabel dran. Und du nimmst einfach das Kabel, das du hast. Und da der Soul EV ja Typ 1 Ladung macht auf AC, habe ich immer ein normales Ladekabel mit Typ 1 im Kofferraum. Und ich stecke das dann an. Das Problem ist, wenn du nichts hast zum anstecken. Sondern nur ein festes Kabel mit einem Typ 2 Stecker. Dann kannst du machen, was du willst in dem Fall. Gibt es einen Adapter dafür? Ich glaube ja. Weiß ich jetzt aber nicht. Und selbst wenn, ich habe einfach keinen. Dann sollte ich mir dann echt einmal überlegen, ob ich mir einen zulege. Das heißt, selbst da werden die alten asiatischen Autos mit Schademo und mit Typ 1 mehr oder weniger vernachlässigt. Kann man jetzt sagen, so viel fahren da ja nicht rum. Aber so wenig fahren da auch nicht rum, dass man die einfach jetzt vernachlässigen könnte. Ich kann jetzt auch nicht sagen zum Beispiel, es gibt keine Möglichkeit mehr Erdgas zu tanken. Weil es sei nicht so viel und es rentiert sich nicht. Und eigentlich ist Diesel und Benzin eigentlich Massenmarkt. Und jetzt lassen wir einfach einmal Gas weg oder Biodiesel zum Beispiel. Hat es ja früher auch schon mal gegeben. Wir haben einen A2 gefahren, mit Biodiesel haben wir den betankt. Und irgendwann mal sind die Biodiesel Tankstellen immer weniger geworden. Weil früher hat man ja auf Biodiesel keine Mineralölsteuer gezahlt. Und das hätte ja eigentlich noch 10 Jahre so weitergehen müssen oder sollen. Das hat aber dann der Gesetzgeber ganz schnell geändert. Als er gesehen hat, dass die Leute immer mehr mit dem Biodiesel tanken, hat er eben die Mineralölsteuer trotzdem drauf gemacht. Und dann war die ja eigentlich genauso teuer wie der normale Diesel. Und somit auch nicht mehr relevant. Und das haben die dann gemerkt, dass die Leute trotzdem wieder mehr Diesel tanken als Biodiesel. Und dann sind die Biodiesel Tankstellen immer weniger geworden. Und so ist das ähnlich mit dem Schademo oder wahrscheinlich sogar mit dem Typ 1. Wie gesagt, es gibt keine Typ 1 Ladesäulen oder Ladestellen. Aber wenn jetzt immer mehr AC Wallboxen mit fest angebauten Kabel kommen, dann hast du ein Problem, wenn du keinen Adapter hast. Also auch da sollte man sich überlegen, wenn man sich ein E-Auto kauft, für was brauche ich es? Wie lade ich mit dem Auto? Wie kann ich laden? Und wie zukunftssicher wird es sein? Ich sage es jetzt einfach mal so heraus. Soul e.V. in dieser Generation ist meines Erachtens nicht mehr zukunftssicher. Für Leute, die weiter wegfahren müssen oder wollen. Die angewiesen sind auf Schnellladung. Dann wird es in Zukunft immer schwerer. Lade, wie heißt die Ladestrukturverordnung? Ladeverordnung? Ich schreibe es dazu. Die sieht eben kein Schademo vor. Sondern nur Typ 2, Typ 1 glaube ich nicht. Typ 2 und CCS. Und deswegen hätten sie von Haus aus schon gar kein Schademo verbauen müssen. Haben sie aber, weil es scheinbar nicht so wenig Autos gegeben hat mit Schademo. Aber es werden immer weniger, weil die Nachfolger von den Fahrzeugen ja trotzdem auf CCS jetzt umrüsten. Da gab es ja, wie damals der Soul rausgekommen ist mit der neue Generation. Da hat es ja geheißen, mal schauen, ob sie Schademo verbauen. Wir hoffen nicht, weil es damals eben schon geheißen, ob Schademo zukunftssicher ist, weiß ich nicht. Ich selber sage mal, nein, ist nicht mehr zukunftssicher. Werde ich damit noch weit wegfahren können? Ja, das ist auch noch überhaupt kein Problem. Aber die Auswahl der Möglichkeiten, der Tankenmöglichkeiten wird schon weniger. Und zwar, peu a peu, schön langsam wird es weniger. Und das ist natürlich ärgerlich für Leute, die so ein Auto fahren, weil der Wert von dem Auto dann dadurch rein theoretisch auch sinken wird. Weil wer investiert noch irgendein Geld in eine alte Technologie? Im E-Auto-Bereich ist es ja auch so extrem, dass man jetzt wirklich sagt, du hast ja wirklich jedes Jahr oder spätestens alle zwei Jahre, bis jetzt ist es so, hast du fast eine Verdoppelung der Kilometer, der Leistung, der Ausstattung, der Assistenten. Und da ist es von Haus aus ja schon schwer, sich zu entscheiden, kaufe ich ein gebrauchtes oder kaufe ich ein neues. Das hatten wir heute mit dem, sagen wir mal als Diskussion. Es gibt kein richtiges, gutes, gebrauchtes E-Auto in einem vernünftigen Maß an Geld. Weil, wenn du eins kriegst, du kriegst schon welche, aber dann hast du halt Kilometerreichweiten zwischen 100 und 150 Kilometer. Und das will ihn jetzt, weil die neuen haben halt jetzt schon so um die 400 Kilometer plus. Und die sind halt im Gegensatz zum alten E-Auto natürlich nochmal extrem teurer. Aber jetzt kommt eben auch noch die technische Seite dazu, also mit der Ladeinfrastruktur. Wie kann ich laden mit dem Auto? Der CCS hat sich durchgesetzt und der wird sich auch weiter durchsetzen. Chademo, obwohl in ganz Asien und ich glaube sogar auf der ganzen Welt viel beliebter als in Europa, wird es den weiterhin geben, bis jetzt auf jeden Fall. Und nur in Deutschland, Europa, aber in Deutschland ist es halt so, dass der wirklich ausstimmt. Wie ist eure Meinung dazu? Seht ihr das genauso? Oder sagt ihr, was redet ihr? Das stimmt doch gar nicht. Wir haben hier Chademo zum Cider-Schlung. Und es wird nicht weniger, im Gegenteil, es wird immer mehr hingesetzt. Wenn ja, bitte schreiben wo, weil vielleicht ziehe ich dann dahin. Wenn ich kein neues Auto will. Das war es eigentlich schon. Schreibt es in den Kommentaren, was sagt ihr dazu. Seid ihr eine ganz andere Meinung. Bleibt sachlich. Weil, geil ist, dass ich im Endeffekt in unserer Community, die wir haben, in unserer Online-Gruppe, ganz, ganz wenig Probleme mit Beleidigungen eigentlich so gut wie gar nicht habe. Es gab zwei, drei Videos, da waren schon mal ein paar dabei, die ich dann auch wirklich gelöscht habe. Aber, im Großen und Ganzen sind wir hier eigentlich auf meinem Kanal sehr erwachsen. Und das gefällt mir. Das größte Kind in der ganzen Community-Blase von Fock Mocker bin immer noch ich. Ja, sagt meine Frau immer. Und die hat überhaupt keine Ahnung, von was sie redet. Hoffentlich sieht sie es nicht. Das war es schon. Viel Spaß. Servus, zackt locker. Euer Focker. Reis das Neukatrash.' Das Neukatrashjam Father. draufkreis das Neukatrashjam Halbsang. Das Neukatrashjam wenn wir wirklich 70 te beforeen, wißt du, was sie besinniert haben solltest du das Neukatrashjam,